Was ist der Kader? Erstens ist der Kader nicht zu groß. Wir haben zwei Mannschaften, U23 und Profimannschaft, wo wir eine Mittelkreis, eine Schnittmenge haben von Spielern, die sowohl in der U23, der dritten Liga, als auch bei den Profis mittrainieren und je nach Formstärke auch spielen. Das wird auch so bleiben und deshalb ist der Kader auch nicht zu groß. Wir werden natürlich immer überlegen, ob wir dem einen oder anderen Spieler im Bereich seiner Entwicklung nochmal eine andere Möglichkeit geben. Das werden wir, und das hat auch der Marco Bode so gemeint, nach dieser Hinrunde die Situation analysieren. Und wenn wir der Meinung sind, dass es für den einen oder anderen Spieler besser ist, wenn er bei einem anderen Verein mehr Spiele macht, was seiner Entwicklung zugutekommt, dann werden wir das eventuell tun. Noch ist die Zeit nicht so weit fortgeschritten. Noch müssen wir schauen, wie sich die zweite Mannschaft entwickelt, wie sie spielt und wie sich die Profimannschaft entwickelt. Wie gesagt, wir haben einen Kreis von zehn, zwölf Spielern, die in der Lage sind, beide Bereiche zu spielen und die Besseren werden sich durchsetzen. Und dann werden wir irgendwann natürlich auch die eine oder andere Entscheidung in diese Richtung treffen. Der Plan ist schon, dass wir irgendwann natürlich, aber dafür ist die Zeit noch zu kurz, auch erkennen, welche Spieler wirklich dann auch dieses Bundesliga-Niveau haben, um sie vielleicht etwas stärker zu fordern und zu fördern und der eine oder andere vielleicht auch mit der dritten Liga erstmal gut zurande kommt. Aber das ist nicht so einfach, weil auch die Jungs natürlich auch Schwankungen haben in ihren Leistungen. Das ist aber völlig normal, das ist nichts Außergewöhnliches. Und deshalb geben wir jedem, der auch dann sich wieder in den Vordergrund spielt, die Gelegenheit, oben wieder vorzuspielen. Das zu teilen ist nicht so ganz einfach, weil wir und gerade das Trainerteam ja auch unseren Kader nach Positionen bestückt. Und wenn oben drei Stammspieler der oberen Kategorie eben ausfallen, dann nützt es nichts, wenn du auf den fünfen, so wie ihr es glaube ich heute auch beschrieben habt, bei denen bleibst, wenn die Position überhaupt nicht passt. Deshalb wirst du automatisch auch wieder aus dieser zweiten Mannschaft den Kader bestücken. Das ist auch bei uns so geplant, weil wir nicht wollen, dass wir einen extrem tiefen Kader ohne diese Spieler haben, die in der dritten Liga spielen. Das ist auch eine Budgetfrage bei uns und deshalb ist das ein alternativer Weg, den wir da gerade gehen. Aber richtig ist, dass wir natürlich Monat für Monat bessere Erkenntnisse haben, wer wirklich in der Lage ist Bundesliga zu spielen und wer vielleicht nochmal ein Jahr was anderes tun muss oder wer vielleicht erstmal zwei, drei Monate auch dann in der zweiten Mannschaft in der dritten Liga spielen muss. Das ist die Erkenntnis daraus.